Polizeiberichte Berlin 29. Februar 2024 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Denkmal beschädigt Polizeimeldung vom 29.02.2024 Mitte Nummer 0445 Gestern Nachmittag entdeckte ein Passant eine Sachbeschädigung an einem Denkmal in Moabit. Der Zeuge stellte gegen 17.50 Uhr fest, dass das Schutzglas mehrerer Bodenleuchten am Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung am Magnus-Herrschfeld-Ufer zerschlagen worden war und alarmierte die Polizei. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht Man durch Schüsse verletzt Polizeimeldung vom 29.02.2024 Friedrichshain-Kreuzberg Nummer 0446 Gestern Abend kam es zu Schüssen auf einer Tankstelle in Kreuzberg. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll es gegen 21.45 Uhr auf der Tankstelle in der Oranienstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Männern gekommen sein, die in gegenseitigen Schussabgaben gipfelte. Eintreffende Polizeikräfte stellten in der Nähe der Tankstelle einen 22-jährigen Mann mit einer Schussverletzung am linken Unterarm sowie seinen 28-jährigen Bruder, der unverletzt blieb, fest. Die Polizeikräfte ermittelten zudem einen 27 Jahre alten mutmaßlichen Schützen, der sich jedoch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernte. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung des Tatverdächtigen, konnten ihn jedoch nicht antreffen. Waffen konnten bislang nicht gefunden werden. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Die weiteren Ermittlungen der Fachdienststelle der Polizeidirektion 5, City, zu weiteren Tatverdächtigen und Hintergründen dauern an Bericht Mutmaßliche Brandstiftung im U-Bahnhof Polizeimeldung vom 29.02.2024 Mitte Nummer 0447 Gestern Abend wurden Polizeikräfte und Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung an einem U-Bahnhof in Wedding alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 21.15 Uhr zu einer Rauchentwicklung aufgrund brennender Kabel in einem Gleisbett am U-Bahnhof Seestraße. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Für den Zeitraum des Einsatzes waren der Bahnhof sowie die Kreuzung See-Ecke Müllerstraße gesperrt und der U-Bahnverkehr eingestellt. Es wurde niemand verletzt. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Gleisanlage sowie an den technischen Einrichtungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht Festnahme von zwei mutmaßlichen Drogenhändlern Polizeimeldung vom 29.02.2024 Tempelhof Schöneberg Zivilkräfte nahmen gestern Nachmittag zwei mutmaßliche Drogenhändler in Schöneberg fest. Die Polizisten wurden gegen 17.10 Uhr auf einen 36-Jährigen aufmerksam, als er in der Welserstraße aus seinem Wagen ausstieg, auf einen 19-Jährigen zuging und etwas mit ihm austauschte. Im weiteren Verlauf näherten sich die Beamten dem Duo und konnten bereits währenddessen mutmaßliche Cannabisblüten in einer Tüte sehen, die der Heranwachsende in einer Hand hielt. Die Beamten nahmen die beiden fest und durchsuchten sie. Beim Jüngeren fanden sie, neben den Blüten, noch mutmaßliches Kokain, mehrere Handys und Geld. Auch beim Älteren entdeckten sie mutmaßliches Cannabis sowie Kokain und Geld. Nachdem die Einsatzkräfte alle Gegenstände beschlagnahmt hatten, erwirkten sie Durchsuchungsbeschlüsse für das Auto des 36-Jährigen sowie für die Wohnung des 19-Jährigen. Im Fahrzeug fanden sie diverse Handys, die sie ebenfalls beschlagnahmten. Die Durchsuchung der Wohnung führte nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel. Die Männer kamen zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurden im Anschluss an das zuständige Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte des Landeskriminalamtes übergeben, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Bericht Festnahme wegen versuchten Mordes nach Geiselnahme in Niedersachsen Polizeimeldung vom 29.02.2024 Friedrichshain-Kreuzberg Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin Nummer 0450 Wegen des Verdachts eines versuchten Mordes in Friedrichshain in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ermittelt eine Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin. Zeugen beobachteten gegen 2.20 Uhr einen vom Annemirrbauer Platz kommenden 42-Jährigen, der von einem Mann verfolgt wurde. In Höhe der Simplonstraße soll dieser den Fußgänger von hinten zu Boden gebracht und ihn mit Schlägen, Tritten und einem Messer attackiert haben. Anschließend soll der Angreifer in Richtung Annemirrbauer Platz davongelaufen sein. Zum Ort alarmierte Polizeikräfte versorgten den mit einem Messer verletzten 42-Jährigen und übergaben ihn an Rettungskräfte, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Dort musste er notoperiert werden. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht mehr bestehen. Gestern soll derselbe Tatverdächtige ein Video produziert und in den sozialen Medien hochgeladen haben, indem er sich auf dieses Geschehen bezog und zu der Tat bekannte. Festgenommen wurde er von niedersächsischen Polizeikräften, da er im Rathaus der Gemeinde Sehende, Niedersachsen, eine Frau unter Vorhalt eines Messers in seine Gewalt gebracht habe, um so auf das Video hinzuweisen. Diese Situation konnte von der Polizei deeskaliert werden, ohne dass jemand verletzt wurde. Der 25-Jährige wurde festgenommen und zwischenzeitlich nach Berlin gebracht. Die Motivlage ist noch unklar. Eine Vorbeziehung zwischen dem Verdächtigen und dem Verletzten in Friedrichshain scheint bislang nicht zu bestehen. Die Ermittlungen dauern an. Im Laufe des heutigen Tages soll der Beschuldigte nach seiner Vernehmung und Durchsuchungsmaßnahmen einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Bericht Geflüchtet und gegen Baum geprallt Polizeimeldung vom 29.02.2024 Charlottenburg-Wilmersdorf Nummer 0451 In der vergangenen Nacht flüchtete eine Autofahrerin in Wilmersdorf vor der Polizei und prallte dabei gegen einen Baum. Als Polizisten gegen 0.20 Uhr auf ein schnellfahrendes Fahrzeug auf der Bundesautobahn 100 in Richtung Nord aufmerksam wurden und auf Höhe der Ausfahrt Konstanzer Straße beschlossen, dieses anzuhalten, ignorierte die Fahrerin des Wagens die Anhaltesignale und flüchtete über die Westfälische Straße. Als die 21-Jährige von dort nach rechts auf den Fähr-Berliner Platz abbog, prallte sie mit dem Auto gegen einen Baum. Die Fahrerin sowie ihre 18-jährige Mitfahrerin und ihr 16-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Der vierte Insasse, ein 17-Jähriger, erlitt eine Verletzung am Kopf und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein der jungen Frau und das Fahrzeug. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Volljährigen ihren Weg fortsetzen. Der 16-Jährige wurde an einen Angehörigen übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West, übernommen. Ist Bericht Durchsuchungen wegen bandenmäßigen Handels mit gefälschtem Druckerzubehör Polizeimeldung vom 29.02.2024 Berlinweit Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin Nummer 0452 In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Betrugs- und Markenrechtsstraftaten durchsuchten heute 69 Kriminalbeamte und Beamtinnen des LKA Berlin sowie Angehörige zweier Einsatzhundertschaften im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin zehn Geschäftsräume, darunter ein als Wohnanschrift getarntes Callcenter, und sieben Wohnanschriften in Berliner Stadtgebiet und im Umland. Die sechs beschuldigten Männer im Alter von 20 bis 57 Jahren sollen in wechselnden Funktionen in einer noch unbekannten Zahl von Fällen seit mindestens Oktober 2022 gefälschte Druckerpatronen bzw. Kartuschen von minderwertiger Qualität online verkauft habe. Dabei sollen sie vorgegeben haben, es handele sich um Originalware verschiedener großer Druckerhersteller. Auf diese Weise soll die Gruppierung vierteljährlich einen Umsatz von rund 3,5 Millionen Euro generiert haben. Das Geld soll dann vor allem über ungarische Strohleute und deutsche Konten an die Beschuldigten geflossen sein. Da die Beschuldigten so nicht nur die Käufer getäuscht, sondern auch die Markenrechte der Druckerhersteller verletzt haben sollen, wird nicht nur wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges ermittelt, sondern auch wegen Kennzeichenverletzung und gewerbsmäßiger Verletzung von Unionsmarken. Bekannt geworden sind die Vorfälle unter anderem durch Anzeigen der Originalhersteller und Markenrechtsinhaber sowie eines großen internationalen Verkaufsplattformbetreibers. Verifiziert wurden sie in einem ersten Schritt durch einzelne Testkäufe und die anschließende Begutachtung der Ware. Im Rahmen der Durchsuchung konnten zahlreiche Geschäftsunterlagen und Datenträger, Bargeld in sechster Liga höher sowie Fälschungsmaterial und Fälschungswerkzeuge in großer Zahl sichergestellt werden. Die Beweismittel werden im Laufe der noch andauernden Ermittlungen ausgewertet, um die Zahl etwaiger Straftaten ebenso wie die jeweiligen Verantwortlichkeiten weiter aufklären zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017